so also wir haben gerade eben den boss besiegt also ich hab ja das meiste gemacht um uns hat nur schrieb das ist das was du hast das kommt es muss nachdenken ach nee oh ein Scheidschrank hier als Elektriker müssen da ran ich will das alles kaputt machen es ist zu viel Wasser so ich guck nochmal ob wir jetzt irgendwas haben ne alles verbraucht alles was du verbraucht ich hasse dich äh wo war es leider auch da hat der die andere dazu gemacht ja die spielen wir jetzt heute ja ich hab gesagt wir haben den Dips scheiß die scheißperre amate ja ich hab nur gesagt wir haben hallo das fühlt sich mal komisch an echt? ja ja gib mal her nein 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 das machst du nicht bei mir lass dich nicht abhängen was ist das denn was ist das dein Hintergrund? durch die Maschinen ich habe nicht ich arbeite auf der Arbeit nicht deswegen kennt ich das nicht ha 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 oh mein Gott wirklich und das Vieh springt gleich da oben weg ich glaub du musst schnell rüber da oben mein Ding bewegt sich einfach weiter lauf 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 Nein, gar nicht! Da ist gleich einer und macht das wieder weg. Und dann kommen hunderte von Zombies. Hier kommt die Claire gleich über dich und dann mobbt dich einfach und zieht das die wieder weg. Ah, Speicher! Geil! Ich glaube, der ist gut gekommen. Echt, wie kommst du denn da drauf? Vorwärts zu sprechen. Ja, ich wollte nur kurz gucken, ob dir noch was gibt zu machen. Nein, 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 du speicherst jetzt. Und dann müssen die Folge zählen. Dann müssen die Folge zählen. So, hast du noch was vorgenommen? Ja, ich brauch, äh... Oh, was brauchst du? Achso! Okay, ich spiel mal recht klick. Drei Schuss! Hauptsache, wie du aus einer Dose... ...du hast zwei Dosen mit, ähm... Pulver drin. Pulver. Einfach so ne Packschachtel mit Patronen, mit fertigen Patronen machen kannst. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Kräuter packen wir gerade. Verstanden? Wieso ne Rindkranz eigentlich? Ich test das mal. Ich spüre gar nicht, wie du die Stuhlkranz spüren kannst. Ja, bei der Schicht hier, Alter. Ja. Ich wollte noch mal kurz gucken, kann man eigentlich Kräuter... ... die roten Kräuter an Leiter so ein bisschen nehmen, ne? Ja. Einmal rechts weg. Was ist Krauten? Kraut nicht, oder was? Was ist da noch stärker? Ist das so krass? Ach, mittlere... ... und komplette... Ups, sorry. Ich muss rausfinden, sonst krieg ich das ja nicht mit. Ja, wo ist das der Fehler? Ich hatte mir entschuldigt. Ja, weil es mittlere... ... die andere macht Futter. Ach so. Ach, du wolltest es nochmal machen? Ja, ich hab zweimal grün gemacht. Ne, ich wollte nur gucken... Ich wollte gucken, was was grün und grün gibt. Aber es gibt nur weniger wäre das rot-grün. Was hast du vorher gespeichert? Ich hab das Spiel jetzt einfach nicht. Nein, scheiß. Von Anfang an, ne? Genau. Wir haben also so einen kleinen Mix... ... zwischendurch. Ey. Was war das jetzt? Das war sehr unprofessionell, Jungs. Das muss bestimmen. Jetzt sind wir die Wahl aus. Malz. Sprich die Klappe auf. Komm. Was? Ich schätze mal, dass du mit dir tot. Ich schätze mal, dass du mit dir tot. Nein! 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 Ey, dieser Boss hat mich so gefickt, dass ich nicht mehr müde bin, ne? Überhaupt nicht mehr. Okay, das können wir doch ein paar Anfolgen machen. Theoretisch, aber... Nein! Das sind bestimmt diese zweikäpfigen mutierten Hunde. Achtung! Ich muss kurz Limo holen. Das ist eine gute Idee. Nein, warte, machen sie. Warte, 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 warte. So? Kamera, ne? Limo. Ich hab gesagt, feier ein Kano war hier. Ich feier kein Kano bei Leuten. Ey, ich bin jetzt hier Limo verschüttet, ey. Das war intensiv. Wow! Wow! Heteron! 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 Geht's nicht weiter? So. Geht's nicht aus Family Guy? Was? Geht's nicht aus Family Guy nicht? Ähm. Was sagt das? Der, äh... Quackmire? Dein Street. Ah. Geht's auch nicht weiter? Hier stehen die Wände weg zum Muster. Keine Ahnung. Haben wir da ein Ticket gezogen? Oh Gott, nein. Wir brauchen ein Ticket. Und Geld. Äh. Mist. Ähm. Da ist ein... Nicht ohne Karte. Da sollte nur einer kommen. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Claire? Claire? Pumpkin? Ja! Ja, klar. Glenny ist die andere. Hey, Claire ist da. Claire? Ja, Claire. Wer? Wer ist da? Meck war das aber nicht. Weg. Aufgepasst! Das ist nicht klar. Ist das kleine Schwester? Weg damit! Nö. FBI. Aha. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen sie hin? Streng geheim. Tun sie sich einen Gefallen. Stellen sie keine Fragen und verschwinden sie von hier. Sonst was? Gehe nach. Stork sie. Ich hab ein Bild gemacht. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Meine Stimme ist doch anders. Bedniss ist verschlossen. Die kann sich teleportieren. Äh... Ist das nicht diese Ada? Oder kommt die erst später? Ich weiß nicht mal wer das ist. Ada Wong. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht? Nein. Wir sind keine großen Resident Evil Fans. Wir sind keine großen Resident Evil Fans. Wir sind die Spielreihe. Wir haben Resident Evil 7 bei der einzelnen Folge gezockt habe. Hm? Resident Evil 7. Achso. Als wir vorgespielt haben. Ernsthaft? Ja. Hey! Was ist das? Ah! Wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Ich würde das machen jetzt alle drei. Hallo! Riecht's von dir? Okay. Keine Ahnung. Hier ist bestimmt eine Abarbeitung von Umbrella. Was war das grad für eine Markklinge? Umbrella ist die... Firma? Ja. Kennst du irgendeine Wong aber nicht Umbrella? Ich? Ja. Da klapp ich Umbrella. Soll ich nicht die Firma. Ich? Ja. Hab ich grad gefragt? Ja. Ernsthaft? Wer Umbrella ist? Ne, nicht wer Umbrella ist, wer äh... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ja, die Umbrella gehört sehr wenig durch diese Kopfe. Was ich für die Munition an dir verschwenden. Die Tür geben schon gleich alle auf. Jetzt gehen sie alle auf. Probier's einfach, Chris. Du hast nichts zu verlieren. Check jetzt mal den Geld hoch. Aber du bist, du hast eh nichts zu verlieren. Jetzt die Geld abchecken. Wenn du Eier hast, Chris. Ach du Scheiße. Läuft. Der hört sich mal hin. Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo Mensch. Sie sind hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein. Nein, gibt noch mehr von uns. Oh. Gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Den kümmert's. Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn aufliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey. Wie wär's mit nem Deal? Befreien Sie mich und ich geb Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie. Wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns. Oder... Scheiße. Es kommt. Was? Was kommt? Komm. Komm, sag keinen Arsch noch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Ah! 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 Oh mein Gott! Lebst du noch? Das war's, er geht wieder weg. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging... Alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey! Sie können mir nicht immer weglaufen! Bitch! Ich weiß nicht mal Ihren Namen! Ich bin Leon Kennedy. Marsha. Leon S. Marsha Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Marsha. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ähm. Ich bin Aida. Achso. Ja! Aida Wong! Geile Sache! Die ist nach Bröder. Frau, ne? Äh, sie ist irgendwie voll Verräterin und glaube ich auch nicht genau. Ich hab Teil 6 nicht zu Ende spielen können, da mein, äh, mein Laufwerk von der Xbox damals die CD nicht mehr gelesen drin war. Heißt du? Und das Ding? Und zockt mal PC. Ja, das ist, äh... Wie sagt sich das alles gegen Geld für, äh, für, ähm, Resident Evil? Und dein Kollege hat das, du piepst das raus, hat das... Kann das sein, dass du erst den anderen Schalter umlegen musst, um da Strom drauf zu haben? Ähm, Schaltschrankteile... Oh, egal. Schaltschrankteile den Transformator haben. Der Uhrenturm. Uhrenturm. Guck mich nicht an. Ja. Äh, okay. Schaltschrankteile finden. Also, Transformator-Raum... Also, Transformator-Raum und den Uhrenturm. Ach ne, das... Ne, sie waren vorher im Transformator-Raum und jetzt... Pfff... Nein, es liegt ein Transformator im Uhrenturm, ist irgendwas anderes wahrscheinlich. Oder... Ne, nur der Typ, der im Uhrenturm lebt. Wollen wir denn überhaupt einen Transformator? Äh... Äh... Das heißt, es bleibt dir genauso üblich, dass die ganze Scheiße zu öffnen, ne? Jep. Was in aller Welt? Der ist tot. Finde ich damit ab! Ähm... Öffne alles. Scheiße. Juhu! Äh... Du brauchst Strom drauf. Hm? Komm, alle guten Dinge sind drei. Äh... Gut, dann heißt das also... Äh... 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 Jetzt wieder runter. Boah... Ah, die Tür ist jetzt offen. Wahrscheinlich, oder? Blau? Ah, sieht doch aus. Ja, war komplett durchsucht, durchsucht. Also, wir sind auch schon besser durch. Ah, das ist cool. Ok. Ach, da ist sie wahrscheinlich durchgegangen. Äh... 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 Nach links. Zwinga. Oh Gott, da kommt die... Oh Gott, da kommt die... Deswegen darf ich es gehen. Nein. Oh Gott, die können auch da durch. Oh Gott. Ich gehe durch den Wald. Ah, hier ist der Schießstand. Ah, hier werden wir Munition finden. Hallo Jungs und Mädels. Hier ist euer Freund aus der Roccoo City Zoo. Schön, euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine liebten Mr. Roccoo Figuren, oder? Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießt umgekommen sind. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder, würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Recruit, over. Wo sind die Sorgensobjekte? Zu den Sorgensobjekten, Schlüssel für das Einsatzwagen 7 4 3 9, verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch ein paar Tasten, Druck, Zieren und Koffer des Wagens öffnen kann. Wo? Wo ist der? Keine Ahnung. Verborgener. Entsorgen, müssen wir in den Müller mal gucken. Wir haben eine Dose bekommen, untersuchen. Schlüssel? Ja, da hast du, 7 4 3 9. Okay. Vielleicht nur so, dass du so langsam mal einen Speicherpunkt anpeilst. Weiß ich aber gut, wie gut sie dir zerstört, oder? Der lebt noch. Der schläft noch. Der schläft noch. Der schläft noch. Der schläft noch. Marschbärbekämpfung. Oh, da ist eine Frau? Ja. Eine Frau? Gut, sorry. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein. Oh, gut. Da müssen wir durch. Ich finde schade, dass man nicht T-backen kann. Oh, so. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, ich will nicht durch den Zlinger müssen. Nein. Leute, wir müssen durch den Zlinger, ne? Ach, Mann. Ach, Mann. Nicht mehr in dieser Folge. Oh, Mann. 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 Nein, 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 nein. Das ist nicht. Das ist nicht. Noch nicht. Noch nicht. Einzuhm! Oder? Geh mal ein. Nein, außer nicht. Ja, was, wenn die alle nachher befreit werden? Einzuhm. Ah, was zur Hölle? Der tut nur so... Ah, die Hündchen sind tot. Der baut den Zwiebeln so, dass die Hunde trotzdem durchkommen. Nächster Satist. Guck, war doch gar nicht mehr so scheiße. War das diese eine Zwiebeln nicht durchgeklamm? Das war schon nochmal irgendwo gehabt. Ja, auf der anderen Seite. Oder, ich weiss nicht, ob es auf der anderen Seite war. Oben war das, ganz oben. Ja, haben wir noch gut. Die Leichen halten. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin, oder? Ich bin einfach nur speinbar. Ich will nicht in die Leichen halten. Das ist, wenn der Zwinger schon nichts Schlimmes war, dann wird die Leichen... Ja, die Schlimmes. Das wäre es, wenn wir es speichern können. Ja! Da, wo sind wir auch? Ja, die Erinnerung? Ja, die Schlimmte. Das wäre es, wo wir es speichern können, ne? also jetzt sind die Munde frei nein, ich drücke jetzt doch nichts ab ich suche jetzt einen Speicherpunkt und dann dann... da geht bestimmt hoch und dann speichern wir und das war das das ist der Zwinger, ist er gleich wieder davor hier war das 2, das war auch kurz noch ok, ich laufe das am lieblich durch, dass wir kannst du eigentlich ohne Probleme dir ganz wenig zurückkennen ja, eigentlich ist doch nichts aktiviert von deinem den Hunden doch egal bist du tot? der ist brav, der ist tot dann lauf auch scheiße dich lass ich nehmen damit du der wird sich rechen bestimmt er wird sich rechen wollen er wird sich rechen wollen scheiße ist das alles andere den Rest mache ich später damit ich dabei rumlaufen kann ich speichere einfach ab lebe mein Leben und dann darf er geht bei euch ich denkst du den 1er 2? es gibt mehrere 1er 2 ok, dann na nochmal 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 welches ist der da drauf? das kann auch gut sein weil der 1 ist weil der da aufwendig ist ja nochmal was den Rest machen wir nochmal dann und alles wieder wegschmeißen äh ich glaub dir heute bei der war auch nicht erst mal nicht als Gerhard nur den Fenster gab ich hab mir nicht zu nahe begnügt scheiße ich hab keine Baumwerke weiß ne blaukraut kurbel blaukraut blaukraut autoschlüssel äh aber wir können ich will mal naja ich mach immer das der Fehler was haben wir denn jetzt? gegen alle Gifte ok, wenn wir vergiftet sind äh ich will aber momentan verstauen oder mitnehmen leck verstauen das brauchen wir gleich äh 4 Plätze 4 Plätze können wir noch ok ok ja dann äh darf das Mario gehts ja nicht so früh weiter mit mir toll darf Mario schon ein bisschen irgendwelche Sachen anschließen und die ganzen äh Zombies in der äh Leichenhalle ja Leichenhalle aber ich meine eigentlich die Empfängnis alle freilassen achja geil geil ja ich verschieß wieder alles ja ok dann machts gut und Einsatz warte diesmal so auf zu Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020